Das war der Flow, wo ich gerade war. Es ist schon so lange her, dass wir hier waren. War das echt ganz oben? Vielleicht. Weil ich sag mal, noch so ein paar Attacken auf dem Pokémon zu haben, die sie normalerweise nicht haben könnten, wenn der Spiegel schon die Möglichkeit dafür gibt. Ich muss es, wie gesagt, nur wiederfinden. Aber wir sind alle voll entspannt. Also ich zumindest. Also von daher gesehen... Alles gut. Das Backseat-Game überlese ich einfach. So, hier kann ich mir Leafblade immer noch holen und da kann ich mir Pilzspruche holen. Die Frage ist, wie viel Sinn macht das? Es ist immer noch so seltsam, dass Arcani hier oder jedes Pokémon hier einfach Leafblade lernen kann. Ich meine, den Angriffswert hätte es auf jeden Fall. Ich meine... Warum nicht? Dann wiederum wäre Pilzspuren natürlich auch ziemlich cool. Um einfach zu nerven. Ansonsten... Luxtra hätte den Angriff auch dafür. Okay. Dann machen wir mal ein paar seltsame Dinge. Okay. Packen wir hier mal noch Leafblade mit rein. Einfach weil. Nicht unbedingt gegen Wasser-Pokémon, aber... Ne? Warum nicht? Und packen wir auf Arcani mal Pilzspuren, um eventuell in der Arena gleich richtig hart zu nerven. Weil Fireblast ist schön und gut, aber ich habe halt nur fünf davon, die gehen oft daneben und... Ne? Ich meine, fairerweise, das Moveset von Arcani ist halt immer noch sehr fragwürdig. Ich habe halt in Pokémon Schwarz und Weiß 2 sehr oft Vokano dabei gehabt und dann auch gerne Flammenblitz oder eben Flammenwurf draufgepackt, je nachdem, ob ich sehr destruktiv sein wollte oder nicht. Und habe dann auch gerne noch den Wutanfall mit draufgepackt, Turbo-Tempo, Stromstoß oder eben auch Flammenwurf und Flammenblitz. Es ist schon... Kannst ja schon echt viel machen, aber hier in dem Fall muss ich natürlich einfach gucken, welche Möglichkeiten ich habe. So! Dann haben wir das doch schon mal. Dann können wir gleich noch in die Arena reingucken. Die sollten wir heute eigentlich noch schaffen. Ich meine, es macht jetzt nicht so viel Unterschied, ob ich Maki mitnehme oder nicht bei der Kampfarena, aber... Ich glaube, Maki ist wahrscheinlich... ist Transporti wahrscheinlich noch nützlicher für die Arena, obwohl es nur Level 28 hat. Da! Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie die 8. Arena so wird. Das könnte sogar wirklich die schwerste werden. Zum einen, weil es die 8. Arena ist und man da natürlich schon so ein bisschen mehr von erwartet. Zum anderen, weil ich nicht weiß, wie hoch die Level sind und weil ich nicht so sonderlich viel gegen Kampf habe. Aber mal gucken. So, die letzte Hürde Richtung Tunod League. Das sieht ja witzig aus. Das ist wirklich wie so ein Fitnessstudio. Du hast gerade 50 Sets Push-Ups gemacht. Let's go! Dann haben wir jetzt ja wirklich... 41, okay. ...so ziemlich in jedem Stream eine Arena geschafft. Ich glaube, in einem Stream haben wir sogar zwei Arenen geschafft. Ich denke, das ist eigentlich ein ziemlich guter Schnitt. Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass es in Joto vielleicht ein bisschen flotter wird. Zum einen, weil wir Joto ja auch an sich schon kennen, wobei ich da super gespannt bin, wie sie das hier in dieser Grafik umgesetzt haben und vor allen Dingen, was sie vielleicht noch verändert haben. Weil es sieht ja vermutlich nicht unbedingt aus wie Gold, Silber, Kristall und mit Sicherheit auch nicht wie Hart, Gold, Soul, Silver. Deswegen mal gucken. Ich finde das immer super cool, solche Regionen, die man eigentlich kennt, in neuem Glanz zu sehen oder in einem ganz anderen Stil. Und ich denke, wie gesagt, Joto im Stil von Glazed ist bestimmt irgendwie eine alte Region mit neuem Flair einfach. Und ob sie da vielleicht was Neues irgendwie eingebaut haben? Mal gucken. Also da bin ich gespannt. Aber ich glaube, einfach dadurch, dass wir Joto halt kennen und dadurch, dass es eben die zweite Region ist, dass Joto vielleicht ein bisschen schneller geht. Quasi ähnlich wie Kanto in Gold, Silber, Kristall. Könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, Akani mit der Eroas ist hier schon gar nicht mal so schlecht. Was könnte der Leiter denn alles haben an Kampf-Pokémon? Abseits jetzt von Nocchan, Kikli und Kapoeira. Ja, Kapilz auf jeden Fall. Wishu wäre auch eine Möglichkeit. Meistergriff, Machomai mit Schild los. Der könnte uns da, glaube ich, schon einiges entgegenwerfen. Die Musik hier ist so angenehm. Immer gespannt. Aber ihr beschäftigt euch ja heute sowieso irgendwie sehr gut selbst. Oder sehr gut mit anderen Leuten im Chat. Ridley, bist du schon wieder auf den Beinen? Dann liegst du noch am Boden. Alle, ich habe erst gelesen, sie ist mal so, ich bin die attraktivste Person, die mal gebannt wurde. Das Schlimme ist, ich habe es nicht hinterfragt, da das einfach eins zu eins von dir hätte kommen können. Äh, du kannst potenziell noch kämpfen, aber ich glaube... Na, wobei... Na, lassen wir es mal so. Ich meine, ich muss sie, glaube ich, nicht bekämpfen, aber ich möchte. Hallo, Chip! Es überrascht mich aber auch, wie viel Schaden Akani damit macht. Weil es ist ja auch nur einer Eroass auf einem Nicht-Flug-Pokémon. Das Gute ist allerdings, dass er Eroass immer trifft. Das ist sehr, sehr praktisch. Also Sfora, so ganz genau möchte ich das, glaube ich, gar nicht wissen. Aber ihr wisst, ne? Anderthalb Meter Abstand. Also müsst ihr sehr lange Arme machen. Ich meine, bei Ali und Woggle habe ich eh schon jegliche Hoffnung aufgegeben, aber... Beziehungsweise eine Hausstadt, wir dürfen das. Ja. Aber ist doch schön, dass wenn allseits bekannte Namen im Chat auftauchen oder auch wenn neue Leute im Chat auftauchen, die immer sofort begrüßt werden. Das finde ich echt schön. Hast du gerade damit getroffen, du Sack? Finde ich jetzt nicht so nett. Auf der imaginären Couch. Ihr meint die Couch hinter mir, während ihr beim Spielen zuguckt? Wo dann Leute Kekse und andere Sachen mitbringen und ganz viele Süßigkeiten und wir Merrywatching betreiben und... Weiß nicht, da können sich dann Ali und Woggle auch meinetwegen befummeln irgendwo in der Ecke. Das wäre schon abseits von dem letzten Punkt echt cool. Also ich backe ein paar Muffins für euch oder Kuchen. Irgendwas backe ich für euch. Ich glaube, ich muss eventuell sogar gar nicht mehr leveln vorm Leiter. Ich könnte auch mal wieder die Schokomuffins mit dem Sahnehäubchen und der Marmeladenfüllung machen. Im besten Fall muss mir Bernie voll Marmelade schicken. Weil Bernie's Marmelade ist sehr lecker. Und dann kann ich die in die Muffins reinfüllen. Da muss ich keine kaufen. Masterplan. Kommen da noch mehr Trainer? Ja, da muss ich nochmal zurück. Ich schmiede die Pläne. Na klar! Ich habe letztens erst wieder gebacken. Mein Ofen geht ja mittlerweile wieder. Und Chip umarmt, Alter, das finde ich gut. Also ich finde, wenn irgendwann wieder eine Convention stattfinden sollte, was irgendwann passieren wird, hoffentlich, dann sollten wir da wirklich mal ein Treffen machen. Weil die letzten Treffen waren ja immer unangekündigt, weil ich halt mich nicht drauf festlegen wollte. Aber nachdem mir jetzt so viel ausgefallen ist, müssten wir eigentlich mal wieder ein Festes machen. Und dann können sie auch alle knuddeln und Essen mitbringen. Bin ich verfressen? Ja. Aber jeder mag Essen. Das wäre schon cool. Mal gucken, wann überhaupt mal wieder was stattfindet. Ich sage auch immer spaßeshalber, ich lade dann alle später bei uns zum Grillen ein, wenn wir in unserem Haus wohnen. Aber ich glaube, alle, alle dann lieber doch nicht. Über mehrere Tage hinweg. Nina darf sich so für den Tag anmelden. Nein. Aber die Idee wäre auch ganz süß. Ich kann den Wachdienst zum Grillen einladen. Aber das sind ja doch zehn Leute, ne? Wo schläft denn dann jeder? Also, irgendwer kann auf der Couch unten schlafen. Also wir sind ja eh raus, dann haben wir noch acht Leute. Einer kann auf der Couch unten schlafen. Dann kriegt man bestimmt noch zwei Luftmatratzen irgendwie in den Wohn- und Essbereich. Auf dem Dachboden ist eine Schlafcouch dann, wo eben zwei Leute schlafen können. Ach, das geht. So, nur es muss irgendwer im Bad oder so schlafen. Oder im Garten zelten. Zehn Leute stapeln sich in der Badewanne. Wir werden keine Badewanne haben. Ich kann süß in der Dusche stapeln, wenn das auch okay ist. Nein, kein Bedroher. Kai schläft auf dem Pott. Im Sitzen? Im Liegen? Mit Kopfstand? Aua. Oh, ich lebe. Cool. Alternativ könnt ihr auch einfach im Auto schlafen oder so. Denn eigentlich war die Planung, dass ich den Wachdienst irgendwann mal zum Grillen einlade und wo dann alle schlafen. Weil das ja doch einige Leute sind. Kai, ich sehe dein Problem nicht. Die andere Sache ist, Jan geht halt nachts eigentlich nie auf die Toilette. Das bin nur ich. Also wenn, dann komme ich rein. Und das ist noch schlimmer. Weil dann muss ich dich leider rausschmeißen. Ah, wisst ihr schon, was für Blumen ihr haben werdet im Garten? Nicht wirklich, weil wir ja erst im Sommer einziehen werden. Irgendwann. Und dann wahrscheinlich die ganze Pflanzsaison eh schon vorbei ist. Und wahrscheinlich dann erst in der nächsten Pflanzsaison überhaupt Blumen kommen werden. Deswegen wird das wahrscheinlich alles so ein bisschen dauern. Meine Mutter hat schon gemeint, sie fährt mit mir dann irgendein Gartencenter und kauft mir Blumen, wenn die mal wieder offen haben. So, dann haben wir die ganzen Vortrainer auch besiegt. Also Eroas hat echt gut geholfen. Ich bin mal gespannt, wie der Arena-Leiter jetzt wird. Dementsprechend holt eure Fähnchen raus. Holt eure Seemobs im Chat raus. Und dann schauen wir mal. Ja, du kannst erst mal vorne bleiben. Ich hoffe, du bist bereit, den stärksten Rinderleiter in ganz Tunod zu bekämpfen. Ich hoffe es auch. Der hätte sich ruhig was anziehen können, aber okay. Einfach erst mal alles einschläfern. Also, ich weiß nicht, ob ich immer alles one-hitten kann, weil Level 43 ist natürlich schon auch... Oh, du bist aufgewacht. Hm. Ähm... Still living? Ja... Irgendwie... Irgendwie... Schon. Ich... ähm... Bin ja schneller. Geh mal schlafen. Ich glaube, ich habe nur nicht mehr so viele Hypertränker. Weil ich ja keine kaufen konnte, aber ein paar habe ich noch. Also, der... Ach, es ist hier nur 120. Ich habe irgendwie noch an 200 gedacht. Naja, gut. Also, der tat schon weh. Der Turmkick. Turmkick. Schwingt ihr weiter fleißig ihre Fähnchen. Akani hat bestimmt nur überlebt, weil ihr ihre Fähnchen so schön geschwungen habt. Die hat das gesehen und dann durchgehalten. So, Kickli. Okay. Galagladi. Ist die Taktik gemein von mir? Ja. Dann wiederum, Kickli ist auch sofort aufgewacht. Weil wenn ich mal ein bisschen Glück habe und die vielleicht mal eine Runde mehr pennen... Dann kann ich auch die Gelegenheit mal nutzen... Um vielleicht die restlichen KP nochmal hochzuheilen. Beziehungsweise... Hm... Ich versuch's mal. Äh, hier unten. Weil ein vollgeheiltes Akani ist ein gutes Akani. Ja, richtig. Solange die gemeine Taktik funktioniert, spricht da ja auch nichts gegen. Fertig gegessen. Zeit, Hallo zu sagen. Ich hoffe, es war lecker. Ich meine, ich könnte natürlich auch immer sofort mit der Eroass angreifen. Akani ist ja auch recht schnell. Nur wie gesagt, ein One-Hit ist natürlich schwierig, weil der Eroass an sich schon keine super starke Attacke ist. Wenn auch eine ziemlich gute, weil sie immer trifft. Und Akani natürlich auch keinen Step drauf hat, ne? Oh, du hast eine Beere dagegen. Hm. Dragondance, das glaubst du ja wohl selber nicht. Gute Nacht. Also Pilzspuche ist schon eine gemeine Attacke, weil es einfach zu 100% trifft. Und wenn du dann halt auch noch halbwegs schnell bist damit, wie jetzt Akani, und du meistens als Erster angreifst, ist das schon mies. Aber wenn sie mir schon die Möglichkeit geben, das jedem Pokémon beizubringen, dann wird es natürlich auch ausgenutzt. Nein, das reicht nicht! Heilst du jetzt? Weil ich habe jetzt auch nicht unendlich viele Eroasse. Aber vielleicht auch besser, wenn er seine Heilung hier schon verbrät, als bei seinem Signature-Pokémon, was auch immer das dann sein wird. Aber ich meine Kekli, Galagladi, Irokex, why not? Du wachst jetzt wahrscheinlich auf... Oh, nee. Scheint ein gutes Niggerchen zu sein. Meine Güte. Der ist schon hartnäckig. Oh, er ist aufgewacht. Kann er gleich wieder schlafen gehen. Die Sache ist, ich habe halt kein Feen-Pokémon und ich habe zwar ein Psycho-Pokémon, aber es hat keine Psycho-Attacke. Das ist ein bisschen suboptimal. Jetzt ist er aufgewacht. Aber er dragondancet sich weiter. Ich hoffe, ich bin immer noch schneller. Nein. Rip. Ja. Yikes. Akani war halt auch mein schnellstes Pokémon. Okay. Das ist halt so das Problem. Nicht unbedingt seine Angriffsstärke an sich. Klar, die hat mich jetzt gekillt, aber... Wirklich? Musstest du mich jetzt wegkritten? Ich glaube, das Problem war eher seine Geschwindigkeit in dem Fall. Weil wenn ich schneller gewesen wäre, wäre er ja weg gewesen. Ich meine, er könnte mit seinem High-Jump-Kick auch einfach verfehlen. So ist es ja nicht. Oder mich nicht critten, weil ich glaube, Galagadi, da hätte das sonst überlebt. Aber okay. Lucario ist generell ein Problem. Lucario ist in diesem ganzen Projekt noch nie so mein Freund gewesen auf der Gegnerseite. Wie viel Schaden... Warum? Leftovers. Die retten ihn halt gerade auch. Ich glaube, ohne die Leftovers hätte es vielleicht gereicht. Aber Ibuki denkt sich so, es reicht auch so. Okay. Wie viel hast du jetzt noch eins? Konkildur. Die einzigen Pokémon, die noch kampffähig sind, sind leider gerade die, die absolut eine Kampfschwäche haben. Aber Nagito macht es bestimmt nichts aus, sich zum Zweck der Hoffnung, dem Konkildur zum Fraß vorzuwerfen. Dementsprechend brauche ich mal kurz einen Beleber. Gut zu wissen aber... Na, muss... Dann packen wir nochmal Ibuki raus für den Bedroher und heilen aber Akani, weil wir haben gerade gesehen, er hat einen Tempo-Hieb. Und den möchte ich ungerne fressen. Reichen 100 K... P... Ja. So. Ich habe den kleinen Jog verstanden. Finde ich gut. Ähm. Ich wollte schon, dass du mich besiegst. Ich wollte schon auswechseln. Okay, vielleicht wollte ich das auch nicht. Machst du nichts anderes? Muss ich jetzt mal doch einmal austesten. Er kann halt einfach nichts. Ich möchte mal lieber nicht Donnerblitz machen, weil wenn ich es paralysiere, kann ich gleich keine Pilzspur mehr drauf machen. A Revenge kannst du auch. Luchstra ist einfach unsterblich. Okay. Dann müssen wir doch so rauswitchen. Luchstra spürt Melis Liebe hinter sich und kann deswegen nicht besiegt werden. Abgesehen von Adrenalin und Fassade Tempo-Hieb. Ach. Das wäre ja nicht so dramatisch gewesen. Aber jetzt, wo ihr es sagt, vielleicht wäre das ein minimales Problem geworden. Aber auch nur vielleicht. Ich meine, es war ja nicht so, dass das Drachentanz Irokex schon hart war. Aber fairerweise sein Team ist echt gut. Nein, du wachst jetzt nicht auf. Geh wieder schlafen. Sei ein braves Meistergriff und geh wieder schlafen. Geh wieder schlafen. Ich habe es vergessen. Selber schuld. Wie viel Schaden kann eigentlich Maki machen? Frage ich mich gerade. Ich habe eine Kampfschwäche. Und? Wenn ich nicht getroffen werde, dann kannst du mir auch nicht wehtun. Ah, der war schon böse. Gut, dass Glaciola so viel Spezialangriff hat. Das Klopperbatch. Jetzt können wir auch Kaskade einsetzen. Und ich sehe total awesome damit aus. TM01 ist... Eine bessere Attacke hätte er mir nicht geben können. Okay, nächster Halt ist dann die Pokémon-Liga tatsächlich. Also kann es irgendwie sein, dass die TMs, die ich bekommen habe, aus den Arenen auch irgendwie immer schlechter geworden sind? So angefangen mit Donnerblitz und Erdbeben. Und dann kam irgendwann Felsgrab und Powerpunch. Also Kai, ich würde jetzt die Kampfarena nicht als kein Problem bezeichnen. Die war schon hart. Ich habe es gleich so. Dann wieder muss man halt auch sagen, dass ich aktuell eigentlich ja nur mit fünf Pokémon spiele, weil Capuno leider jetzt so aktuell nicht so viel macht. Ich habe aber die Hoffnung, dass ich zumindest vor der Liga noch ein Duo-Dino habe. Dass mir das zumindest so ein bisschen was bringt. Es stimmt, in so einem Spiel, wo jedes Pokémon Pilzspuche kann, ist Powerpunch schon gar nicht so schlecht. Das stimmt. Obwohl ich mich immer frage, ich meine, ich könnte auch einfach Pilzspuche und dann zweimal Durchbruch machen oder so. Aber stimmt, den kann man auf jeden Fall auch hier sinnvoll nutzen. Aber ich bin irgendwie nicht so der Fan von Powerpunch. Ich weiß nicht. Ich mag generell solche Doppelattacken nicht so gerne und schon gar nicht, wenn sie potenziell sucken können. Aber stimmt, könnte man hier auf jeden Fall, glaube ich, echt gut nutzen. Das heißt, wir haben heute das Story-Finale geschafft. Und die 8. Arena. Dementsprechend haben wir jetzt für den nächsten Stream die Siegesstraße. Je nachdem, wie lang die ist und vielleicht auch schon mal die Pokémon-Liga mal gucken. Kann ich halt nicht einschätzen, wie lange das jetzt noch dauert. Und dann haben wir zumindest schon mal das Hauptspiel durch und könnten danach dann nach Johto aufbrechen. Das klingt doch eigentlich ziemlich gut. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie viele Streams wir bis dato schon hatten von Glazed. Aber ich glaube, es waren wahrscheinlich jetzt 7. Weil jeder Stream eine Arena, außer einer, da hatten wir doppelt. Was geschafft. Also macht immer noch echt viel Spaß. Also klar, gibt es so ein paar Dinge, die vielleicht noch mal optimiert werden könnten. Der Glitch zum Beispiel vorhin war jetzt nicht ganz so witzig. Gerade wenn ich jetzt nicht gespeichert hätte vorher. Aber so an sich. Also dafür, dass ich so extrem viel Angst hatte und gesagt habe, okay, das wird jetzt mein Redemption-Arc. War da eigentlich nicht so viel an Redemption drin, weil das eigentlich alles ganz angenehm war. Hier habe ich noch mal einen tollen Zettel mit den Passwörtern von vorhin hier liegen. So. Dann sind wir aber auf jeden Fall für heute soweit durch. Ich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020